Hi, ich bin gerade zurück aus Lanzarote und irgendwie sehe ich nichts. Habe ich meine Augen verbrannt? Keine Ahnung. Also irgendwie, geht auch nicht. Vielleicht die? Nein, auch nicht. Die? Die vielleicht? Nein, nochmal die probieren. Die? Ja, jedenfalls hat er es mitgebracht. Das heißt Lava. Das sind anscheinend echte Lamasteine aus der Lanzarote. Und die öffne ich jetzt mal. Lava-Steine aus der Lanzarote. Kann man die öffnen? Mal angucken. Also hier, echter Lava-Steine. Ich bin auch noch ganz froh, ist ja egal. Mal. Ah. Hm. Ne. Geht gar nicht. Also das haben wir bei mir mal. Tschüss. Mal. 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 Mal.